Ich unterstütze die Kampagne, weil ich es wichtig finde, dass regional informiert wird und dass man die regionalen Medien auch unterstützt. Ich habe momentan ein Druck-Abo und ich finde es manchmal erfrischend, wenn man außerhalb von iPad oder iPhone noch ein Medium in der Hand hält, wo man auch mal ein bisschen den Rump lettern kann und so bin ich immer gut informiert.